Griffmöglichkeiten gibt es für die Hand. Zwei verschiedene Wicklungen. Einmal die einseitige. Fixiert man das Band mit Daumen und Zeigefinger. Dreimal drum. Hält es fest. Dann hat man einen sicheren Teil bei einer Seite. Es gibt auch Übungen mit beidseitigen. Nehmt man die Handflächen nach unten. Daumen und Zeigefinger nach außen. Hält es fest und klebt einmal nach innen. Und fixiert es wieder mit den Daumen. Dann kann man die Übungen machen. Bei den Übungen muss man auch passen, dass das Thera-Band immer schön entspannen ist. Oder nicht so leicht flischen lassen. Dann hat die Übungen eigentlich keinen Sinn. Es gibt auch Übungen mit dem Fuß. Dann nimmt man das Thera-Band mit dem Enten. Gewickelt um die Hände. Und tritt einmal in die Mitte. Das ist als reine Fixierungsmöglichkeit. Dann hat man ein weiteres. Wenn man den anderen Zustand ausstellt. Dann hat man Einzug. Und wenn man es noch sicherer machen will. Dann wickelt man es einmal drinnen. Und hat dann die volle Sicherheit. Das ist nicht wirklich richtig. Das ist eine kleine Hose. Du bist auch noch aufgenommen. Nein! Und dann? Ich bereiten. Boah, das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Vielen Dank.